Unsere Academy-Bikes sind durchdacht und mit kindgerechten Komponenten ausgestattet. Für die tägliche urbane Nutzung und trotzdem modern und cool gestaltet. Academy-Modelle wiegen zwischen 5,5 und 8,6 Kilo, sind somit leichter als 40% eines normalen Kindergewichtes. Die Rahmen mit tiefen und schmalen Tretlagern ermöglichen eine enge kindgerechte Beinführung. Kurze Tretkurbeln und die aufrechte Sitzposition ermöglichen jederzeit die Füße auf den Boden zu stellen und trotzdem eine ergonomische Kniestellung während der Fahrt zu gewährleisten. Ziel des Academy-Projektes war es, in Zusammenarbeit mit uns vom Institut für Orthopädie und Sportmedizin ein Fahrrad zu entwickeln, was orthopädisch ergonomischen Gesichtspunkten genügt und gleichzeitig leicht genug ist, um den Kindern so richtig Spaß beim Fahrradfahren zu vermitteln. Academy-Bikes finden Sie im qualifizierten Fachhandel oder bei uns unter www.academy-bikes.de Mission Allez Getscher Handwerk-Bikes Einfachable 此 uma eine Signenty Repeat transparency Wir Wir euch 1